In der Wildnis beginnt der Tag. Im Böhmerwald gibt es noch echte Urwälder, verschwiegene Hochmoore und reißende Wildbäche. Unberührte Landschaften, wie sie zu Urzeiten noch die größten Teile Europas bedeckten. Bis der Mensch eingriff und die Wälder urbar, nutzbar und bewohnbar machte. Mitten in der Zivilisation sind die unberührten Areale zu winzigen Flecken zusammengeschmolzen. Doch auch diese sind weiterhin bedroht. Gibt es in Europa überhaupt noch Platz für die Wildnis? Damit diese letzte Wildnis erhalten bleibt, wurde 1991 der Nationalpark Schumava gegründet. Schumava, das ist der tschechische Name des Böhmerwaldes. Mit der Gründung des Nationalparks hat sich für Michal Valenta ein Traum erfüllt. Er wurde im Böhmerwald geboren. Nach seinem Studium der Forstwirtschaft war er zunächst Förster in dieser Gegend. Heute arbeitet er im Management des Nationalparks. Bevor sein Arbeitstag beginnt, ist er oft hier draußen in der Wildnis. Michal Valenta weiß, Nationalparke sind die letzte Chance, echte Wildnis zu erhalten. Denn nur hier darf der Mensch nicht eingreifen. Sein Ideal ist daher das Nichtstun. Und damit ist er vollauf beschäftigt. Es ist schwierig, die Menschen der Region von den strikten Regeln des Nationalparks zu überzeugen. Die Naturschutzgebiete werden vor jeglicher Nutzung geschützt. Nur wissenschaftliche Forschung ist hier möglich. Auch der Zutritt des Menschen zu Erholungs- und Bildungszwecken ist eingeschränkt, weil die Prozesse in der Natur ungestört ablaufen sollen. Der Böhmerwald ist das größte Waldgebiet, das in Europa erhalten blieb. Er liegt im Süden Tschechiens und reicht bis nach Bayern und Oberösterreich. Gemeinsam sind der Nationalpark Schumawa und der Nationalpark Bayerischer Wald das größte Reservat Europas. 820 Quadratkilometer Wald, ungefähr fünfmal so groß wie Lichtenstein. Doch auch im Nationalpark Schumawa sind die wirklich unberührten Stellen selten. Nur in über 1000 Meter Höhe blieben die ursprünglichen Moore und Wälder erhalten, denn eine Nutzung dieser Flächen war zu aufwendig. Es sind jene Areale, die heute mit 13 Prozent der Fläche die Kernzonen des Nationalparks bilden. Diese Gebiete in der höchsten Schutzzone sind zu klein, zudem sind sie von allen Seiten bedroht. Die Kernzonen sind Relikte echten Urwalds und ein Vorbild dafür, wie nach Valentas Meinung der ganze Park aussehen sollte. Wälder, die die Natur, nicht der Mensch geschaffen hat. Wälder, in denen allein der Kampf um Licht und Nahrung das Werden und Vergehen bestimmt. Im Urwald darf man weder spazieren gehen, noch Holz holen oder gar jagen. Hier gibt es noch die Natur, die unsere Vorfahren so lange bekämpft haben. Heute müssen diese letzten Reste vor der Zivilisation geschützt werden. Hier ist Wildnis. Undurchdringlich, ungezähmt, ungenutzt und ungeplant. Sich damit abzufinden fällt schwer. In der Forstverwaltung und selbst im Nationalpark glauben viele, dass der Mensch zu entscheiden habe, wie die Wildnis auszusehen hat. Michael Valenta versteht durchaus, dass viele seiner Kollegen es nicht aushalten, einfach Zuschauer zu bleiben. Der Begriff Wildnis oder unbeeinflusste Natur hat es wohl deshalb beim Menschen so schwer, weil wir uns in den Jahrtausenden unserer Geschichte abgewöhnt haben, mit der wilden Natur zu leben. Meist wird in der Natur eine Bedrohung gesehen. Der Mensch fühlt sich in der Wildnis nicht zu Hause. Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass ihnen hier draußen etwas zustoßen könnte. Auch der Anblick des Todes ist vielen unangenehm, seien es abgestorbene Bäume oder andere Lebewesen. Doch das gehört zum natürlichen Ablauf der Prozesse in der unbeeinflussten Natur. Vielleicht halten deshalb viele eine gewisse Distanz zur ungezähmten Natur und versuchen sie an solchen Orten zu halten, wo sie niemanden beeinträchtigen und stören kann. Wenn ein Baum fällt, denkt der Mensch an das wertvolle Holz und was man alles daraus herstellen könnte. Doch der Tod hat im Wald einen eigenen Sinn und ein toter Baum spielt eine wichtige Rolle. Er ist die Lebensgrundlage vieler Arten. Zahlreiche Insekten und Pilze ernähren sich vom toten Holz. Bis ein großer Baum zerfallen ist, vergehen Jahrzehnte. Wenn der vermoderte Stamm zu Humus wird, bildet er die Lebensgrundlage neuer Bäume. Keimlinge nutzen nun ihre Chance und der Wald verjüngt sich. In diesem Verjüngungsprozess spielt auch der Borkenkäfer eine wichtige Rolle. Der Borkenkäfer, der in Fichten siedelt, wird Buchdrucker genannt, weil die Fraßgänge seiner Larven an das Bild eines aufgeschlagenen Buches erinnern. Dieses Fraßbild wurde im Böhmerwald zum Albtraum. Seit Mitte der 90er Jahre vernichtet der nur drei Millimeter große Käfer riesige Fichtenbestände in den ehemaligen Wirtschaftswäldern. Die Käfer bohren sich in die Borke des Baumes und paaren sich in der sogenannten Rammelkammer. Das Weibchen bohrt dann weiter einen Muttergang, in dem sie die Eier ablegt. Danach verlassen die Käfer wieder den Stamm. Nach dem Schlupf fressen sich die Larven durch das Holz des lebenden Baumes und werden dabei dicker und dicker. Nach sechs bis acht Wochen vergrößern sie ihren Gang zur Puppenwiege und ziehen sich in eine Puppenhülle zurück. Die vielen Fraßgänge zerstören die wichtigsten Versorgungsbahnen und sind schließlich tödlich für den Baum. In der Puppenwiege hat sich die Puppe zum fertigen Käfer gewandelt. Zunächst ist er weiß, doch schon bald wird er sich als brauner Käfer aus dem Baum herausbohren. Dann bricht er zu einem neuen, fruchtbaren Käferleben auf. Borkenkäfer wirken so unscheinbar, dass es kaum fassbar ist, welche Schäden sie in wenigen Monaten anrichten können. Mehr als 5000 Hektar der Fichtenwälder sind bereits toter Käferwald. Wer solche Bilder sieht, denkt zumeist nur noch eines. Der Borkenkäfer muss bekämpft werden. Dabei sind beinahe alle Mittel recht. Im Nationalpark Schumawa wird der Borkenkäfer überall bekämpft. Sogar in den Kernzonen des Parks, in denen die Natur eigentlich sich selbst überlassen sein sollte. Um zu verhindern, dass die Käfer schlüpfen und zu einer weiteren Brut ausschwärmen, fällen die Waldarbeiter den Baum, entfernen seine Rinde und vernichten so die Käferbrut. Die geschälten Stämme und die zerkleinerten Zweige bleiben im Nationalpark im Wald liegen, damit ein möglichst großer Teil der verlorenen Biomasse ersetzt wird. Michal Valenta kommen Zweifel, wenn er an den Käfer denkt. Der Kampf gegen den Borkenkäfer stellt seine Überzeugungen in Frage. Im Grunde hält er die Aktionen für sinnlos, denn der Käfer breitet sich dennoch aus. Einfach nichts zu tun und den Wald sich selbst zu überlassen, wagt er kaum zu denken, denn dann würden noch größere kahle Flächen entstehen und den Nationalparkgedanken in Tschechien weiter schwächen. Er weiß, letztlich ist die Käferkatastrophe von Menschenhand gemacht. Die Borkenkäfer können sich vor allem in Wäldern mit Monokulturen vermehren. Das heißt in reinen Fichtenwäldern. Wenn die Fichten bereits durch verschmutzte Luft und sauren Regen geschwächt sind und für den Käfer gute klimatische Bedingungen herrschen, das heißt wenn es warm ist, dann kann sich der Borkenkäfer immer weiter vermehren. Viele Menschen auf der tschechischen Seite des Böhmerwaldes schauen argwöhnisch zum Nationalpark Bayerischer Wald. Dort begann 1994 die massenhafte Vermehrung des Buchdruckers. In den Hochlagen ist dort überall Totwald, ein Ergebnis vom Nichtstun. Die Verantwortlichen im Bayerischen Nationalpark galten als wahnsinnig, als sie angesichts dieses Massensterbens darauf beharrten, nicht in die natürlichen Abläufe einzugreifen. Privatwaldbesitzer führten Prozesse, Umweltschützer klagten an und Touristen blieben aus. Der Leiter des Nationalparks, Karl Friedrich Sinnert, versteht, dass die Konsequenzen der Nationalpark-Idee mitunter schwer auszuhalten sind. Ich gestehe ganz offen, wie ich das erste Mal diesen Wald dort oben gesehen habe, habe ich mich ganz ruhig hingesetzt, um das erstmal zu verarbeiten. Es ist ein Bild, das einen zutiefst bewegt, das sehr schmerzliche Gefühle auslöst, weil es so völlig abweicht von den Bildern, die wir von Wäldern gewohnt sind. Oberflächlich betrachtet stirbt er. Genauer betrachtet gerät er in einer Phase seiner größten Dynamik und Vitalität. Er erneuert sich in einer ungeahnten Weise, in einer reichhaltigen Mischung, wie wir es uns so nicht vorgestellt haben. Allmählich wird es leichter, Verständnis für die Vorgänge zu gewinnen. Denn der junge Wald wächst bereits unter den toten Bäumen. Noch muss man sich bücken, um ihn zu betrachten. Es werden noch ein paar Jahrzehnte vergehen, bis er ein richtiger Wald geworden ist. Und er wird anders aussehen als der alte Faust. Die Bäume werden lichter stehen und es wird andere Arten geben als zuvor. Schon wächst neben der Fichte die Vogelbeere und vor allem die Buche breitet sich aus. Ist der Borkenkäfer also langfristig gesehen nicht doch ein nützlicher Helfer? Entstehen nicht jetzt genau jene Bergmischwälder, die an diesen Standort gehören? Auf jeden Fall hat hier ein Wandel eingesetzt, der das gewohnte Bild verändert. Der Böhmerwald hat schon viele Wandlungen mitgemacht. Die stärkste Veränderung erfuhr diese Landschaft durch die letzte Eiszeit. Wo der Eisstrom zum Stehen kam und die Gletscherzungen tauten, entstanden die Gletscherseen. Eiskalt ist das Wasser der böhmischen Karsee noch immer. Diese Seen gelten als unergründlich und man erzählt sich etliche Geschichten von versunkenen Schätzen und seltsamen Fabelwesen, die hier ihr Unwesen treiben. Noch urwüchsiger wirken die Moore des Böhmerwaldes. Sie entstanden vor allem auf den großen, menschenleeren Hochebenen in einer Seehöhe von über 1000 Metern. Hier oben herrscht für acht Monate im Jahr der Winter und so konnte sich die arktische Pflanzenwelt erhalten. Meist sind in der Mitte der Moore die Mooraugen zu finden, kleine, flache Seen. An den Ufern breitet sich die einzigartige Moorvegetation aus. Hier gibt es seltene Pflanzen wie den fleischfressenden Sonnentau, der kleinen Insekten sehr gefährlich werden kann. Die Landschaft wirkt ruhig, doch innerhalb von Sekunden können heftige Gewitter aufziehen. Wenn sich nach dem Gewitter der dichte Nebel wie ein Schleier über das Moor legt, scheinen die alten Geschichten von Elfen und Moorgeistern plötzlich lebendig zu werden. Dann ist zu verstehen, warum diese Landschaft so viele Künstler wie etwa Smetana und Dvorak inspiriert hat. Musik Hier wachsen Zwergbirken, Latschen, Wollgras und Moosbeeren. Eine Vegetation, die sonst nur in den Alpen oder im hohen Norden vorkommt. Die Moordecke unter dem feuchten und weichen Boden ist an vielen Stellen acht Meter stark. Dank der Moore und der riesigen Wälder ist die Schumawa ein einziges großes Wasserreservoir. Der Böhmerwald ist die Wasserscheide zwischen Elbe und Donau und damit zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Hier ist das Quellgebiet von Moldau, Regen und Vidra. Die wohl beliebteste Musik der Tschechen, die Moldau von Smetana, soll übrigens nicht an der Moldau, sondern hier im Tal der Vidra entstanden sein. Die vielen natürlichen Bachläufe, das ist in Europa zu einer Seltenheit geworden. In etwas tiefer gelegenen Gebieten haben auch die Menschen des Böhmerwaldes die Kraft des Wassers für sich genutzt. In den kilometerlangen Schwemmkanälen aus dem 19. Jahrhundert transportierte man das Holz ins Tal. Die Stämme wurden auf den kleinen Kanälen bis zur Donau und von dort weiter bis nach Wien gebracht. Heute wird das Holz auf Forstwegen und Straßen aus dem Wald gefahren. Für die meisten Menschen hier ist Wald gleichbedeutend mit Holz. Und Holz bedeutet Arbeit. Das war schon immer so. Wer früher nicht vom Holz lebte, war Glasmacher. Doch auch für das berühmte böhmische Glas wurde Holz gebraucht. Im Böhmerwald rauchten unzählige Meiler, die Holzkohle für die Glasöfen brannten. Heute darf das Holz aus der Kernzone des Nationalparks nicht genutzt werden. Aus der naturnahen zweiten Schutzzone wird lediglich das Käferholz geholt. Dass nun weniger Holz genutzt wird, bedeutet weniger Arbeit. Und das spricht eben für viele gegen den Park. Im Sommer 2000 haben die Gemeinden im Nationalparkgebiet etliche tausend Hektar Wald zurückbekommen. Alten Gemeindewald, der mitten im Nationalpark liegt und der in sozialistischer Zeit enteignet worden war. Für Michael Valenta war die Rückgabe der Flächen ein rabenschwarzer Tag. Man muss sagen, dass das keine glückliche Lösung des Problems in unseren Nationalparks und Naturschutzgebieten ist. In anderen Staaten wird das völlig anders praktiziert. Für solche Grundstücke werden Ersatzgrundstücke außerhalb des Nationalparks, außerhalb der Naturschutzgebiete zur Verfügung gestellt, während hier das genaue Gegenteil praktiziert wird. Allein die kleine Stadt Kasperzkehori bekam 4700 Hektar alten Gemeindewald zurück. 400 Hektar davon liegen sogar im Kerngebiet des Nationalparks. Jetzt will die Gemeinde die Fläche nutzen und gestalten, wie sie das für richtig hält. Die neue Fläche soll mindestens 50 Arbeitsplätze sichern. Weitere Gewinne, so hofft man, wird der Fremdenverkehr bringen. Die Menschen in Kasperzkehori sind sowieso überzeugt, dass der Nationalpark schuld an dem Borkenkäfer-Desaster ist. Der Bürgermeister der Gemeinde will hier wieder eine ordentliche Waldwirtschaft einführen. Kommen Sie zu uns und schauen Sie sich an, wie diese Wälder heute aussehen. Kommen Sie dann ein paar Jahre später wieder, um den sichtbaren Unterschied festzustellen. Durch Ihren Besuch unterstützen Sie unsere Ideen und Projekte. Die steigenden Besucherzahlen werden uns helfen, noch schneller zu erreichen, was wir wollen. Viele wollen die Wildnis wieder in ihre Schranken verweisen. Die Rückgabe der Gemeindewälder offenbart, wie gering die Akzeptanz der Nationalpark-Idee heute noch ist. Wie soll auch Akzeptanz für die Wildnis entstehen, wenn Schülergruppen zwei Stunden lang um einen eingezäunten Urwald herumlaufen, ohne hineingehen zu dürfen? Für bessere Tourismuskonzepte bräuchte man Geld. Aber die allgemeine wirtschaftliche Lage ist schlecht. Außerdem sind die wertvollen Landschaften schwer zugänglich. Der Nationalpark verkauft sich einfach schlecht. Auf dem Berg Hochficht, nur wenige Meter von der tschechischen Grenze entfernt, entsteht ein neues Skigebiet. Bisher wird es allerdings nur von der österreichischen Seite des Böhmerwaldes genutzt. Wenn die Tschechen zwei weitere Lifte bauen würden, hätten sie ein großes Skigebiet vor der Haustür und eine profitable zweite Saison. Eigentlich müsste die Idee Michal Valenta gefallen, denn er ist für die Tourismuskonzepte im Park zuständig. Doch die Lifttrasse soll direkt durch ein Nationalpark-Kerngebiet führen. Das Problem ist kompliziert, da sich die Region von den Skiliften großen wirtschaftlichen Profit verspricht. Sie verbinden das sogar mit der Frage, von seien oder nicht seien ihre Gemeinden in diesem Gebiet. Gewiss würde es den Gemeinden besser gehen. Aber was ist mit dem Wald? Skipisten, die sich im Sommer zu blühenden Bergwiesen verwandeln, scheinen ein gutes Argument für die Lifte zu sein. Der Liftbetreiber findet Valentas Bedenken übertrieben. Er meint, dass das Mittelgebirge den Skitourismus besser verkraftet als die Alpen. Unsere Wälder hier im Hochflichtskigebiet sind naturnah bewirtschaftet. Und wenn man sich das anschaut, muss man sagen, sie sind mindestens gleich gut, wenn nicht besser, beisammen als auf der tschechischen Seite. Tatsächlich ist der österreichische Böhmerwald wunderschön. Es gibt keine toten Bäume und genügend schöne Waldwege. Die standortgerechten Mischwälder sind das Ergebnis von Jahrzehnten kluger, naturnahe Waldwirtschaft. Allerdings kann man hier nicht viel über die Dynamik natürlicher Prozesse und die Kräfte der Natur erfahren. Dieser Wald stammt von Menschenhand und hat nichts mit der Wildnis zu tun. Der Böhmerwald auf österreichischer Seite ist zum größten Teil in Besitz des Stiftes Schlägel. Der Forstmeister in diesem Wald ist zugleich Priester und hält von der ganzen Nationalparkidee schlicht nichts. Wildnis in Europa dürfte es sich schon sehr schwer tun, meiner Meinung nach, weil eben der menschliche Einfluss nicht mehr wegzubringen ist. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Wir haben keinen einzigen Bereich, der nicht von Menschen auf irgendeine Art und Weise beeinflusst wäre. Also wir werden uns von der Kulturlandschaft in Europa nicht mehr wegbewegen können. Ist in Europa doch kein Platz für die Wildnis? Streng genommen gibt es sie auf unserem dicht besiedelten Kontinent nicht mehr, die unberührte Natur. Auch wenn die letzten Rückzugsgebiete der Natur klein und anfällig für Störungen sind, glaubt Michal Valenta, dass wir solche Gebiete brauchen, um von ihnen zu lernen. Denn hier kann sich die Natur wieder selbst regulieren. Luchse, die aus Slowenien eingeführt und ausgesetzt wurden, haben sich so vermehrt, dass im Park keine Rehe mehr geschossen werden müssen. Für Luchs und Wildkatze ist wieder Platz. Bär und Wolf werden wohl kaum wieder ihre Chance bekommen. Zu klein sind die Flächen, auf denen der Mensch der Natur ihre eigenen Wege einräumt. Ohne die großen Raubtiere werden auch in Zukunft Jäger die Zahl des Rotwildes dezimieren müssen. Intakt sind in der Schumawa jene Bereiche, in die der Mensch nie eingegriffen hat. Es sind die Moore, die abgelegenen Bergmischwälder und die Auwälder. Ich persönlich wäre froh, wenn auch die kommenden Generationen sich in diesem Nationalpark an Orten freuen könnten, die nicht durch menschliche Eingriffe verändert wurden. Orte, die ihnen zeigen können, wie vielfältig und verschiedenartig das Gesicht der Natur sein kann. Welche Wege sich die Natur zur Lösung ihrer Probleme sucht. Die Natur hat für die Zukunft eine ganze Palette von Lehren parat. Im Jahr 2020 wird zu sehen sein, ob Michael Valentas Lebenswerk gelungen ist. Dann sollen auf mindestens 75 Prozent der Nationalparkfläche alle Eingriffe in die Wildnis aufgehört haben. Michael Valenta wird viel tun müssen, damit er endlich nichts tun kann. Michael Valenta wird viel tun können, dass er nicht mehr gleichothee sein kann. Michael Valenta wird viel tun, damit er nicht mehr für die Welt verfolgen ist. Untertitelung des ZDF, 2020